Heute sind wir mitten in Pfaffnau im Kanton Luzern, mitten in der Natur und direkt für die Kühe. Ganz in der Nähe befinden sich Zofigel Arburg und Offdringen mit weit über 10'000 Arbeitsplätzen. Pfaffnau ist, wie Sie sehen, sehr ländlich gelegen, was es natürlich zu einer ruhigen, familienfreundlichen Wohnung macht. Der Neubau in Pfaffnau, den ich Ihnen heute vorstellen darf, hat gute Aussichten, und das in mehr als einer Beziehung. Darum würde ich sagen, am besten gehen wir jetzt gleich dort hin. Pfaffnau liegt im Rueck der Kantonsgrenze Luzern, Bern und Aargau. Bis auf Zofigen hat es mehr mit dem Auto eine Viertelstunde und nach Aarau sind es etwa 30 Minuten. In der Region rund um Pfaffnau geht es gut. Im Ballixgebiet von Arburg, Offdringen und Zofigen gibt es mehr als 17'000 Arbeitsplätze. Zofigen ist zentral mit bedeutenden Arbeitsgebern wie der Siegfried AG. Das Pharmaunternehmen beschäftigt an ihrem Hauptsitz fast 550 Mitarbeiter und hat im letzten Jahr einen Umsatz von 750 Millionen Franken realisiert. Das örtliche Spital beschäftigt zudem weitere 700 Personen. Auch Pfaffnau selbst ist solid aufgestellt. Es gibt bei 2'600 Einwohnern rund 1'500 Arbeitsplätze. Die Gemeinde ist umgeben von Natur und darum natürlich gut geeignet für Familien. Die Liegenschaft ist gut in Pfaffnau situiert. Die Primarschule und der Kindergarten sind weniger als 10 Minuten entfernt. Im Dorfkern befindet sich ein Volk für den täglichen Einkauf. Wenn je Immobilie Anfang 2019 fertig gebaut ist, wird sie sieben Wohnungen haben. Diese bestehen aus zweieinhalb, dreieinhalb und viereinhalb Zimmern und haben das grosse Gigibalkon mit 14 bis fast 30 Quadratmeter Fläche. Die Wohnungen kommen mit einem hohen Standard über. Sie werden der Bodenheizung, eigene Westdürme und dreifach verglaste Fenster haben. Und ein Lift wird ebenfalls eingebaut. Die dreimanätige Mietzinsgarantie sichert die reibungslose Übernahme der Immobilie. Sie ist übrigens seit fast einem Jahr für sie reserviert. Pfaffnau ist also definitiv ein attraktiver Standort mit Zukunft. Ganz in der Nähe wie zum Spindsoffigen gibt es viele Arbeitsplätze. Die Wohnlage in Pfaffnau ist zudem natürlich ländlich und ruhig. Die Liegenschaft wird hochwertig ausgebaut, unter anderem mit Isolationsverglasung und Wärmepumpenheizung. Wenn Sie noch weitere Fragen zu der Liegenschaft haben, dann dürfen Sie sich gerne melden. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.